Mahlzeit, werte Freunde der Freundlichkeit und herzlich willkommen zu diesem Random Uncut Geburtstagsvideo. Heute ist mein 18. Geburtstag und ich nehme gerade dieses Video hier auf. Ich kann mich nicht so viel bewegen, weil ich mit dem Mikro aufnehmen muss, weil mein eigentliches Kameramikro gerade irgendwelche Probleme hat. Aber ja, dieses Video habe ich ja versprochen, kommt schon heute statt Samstag und ist auch schon das komplette Video für diese Woche. Ich labere jetzt einfach drauf los, denn es ist ein Uncut-Video. Und der eigentliche zweite Teil zu diesem Video, ich habe mal im letzten Video gesagt, dass es ein Zweiteiler wird. Der eigentliche zweite Teil kommt in 5 Jahren. Nämlich habe ich mir das folgendermaßen überlegt, dass ich jetzt gleich noch ein Video aufnehme von mir, wo ich so ein bisschen über diesen Tag rede und wie ich gerade so drauf bin und so. Und das schon gleich hochlade und dann kommt das in 5 Jahren online. Und ich hoffe, ich habe das bis dahin vergessen, ihr habt das bis dahin vergessen, dieses Video hier. Falls ihr euch noch daran erinnern solltet, erinnert mich einfach nicht dran. Denn dann kommt einfach random dieses Video online. Ich stelle das ein, dass es automatisch in 5 Jahren 2025, wenn ich 23 Jahre alt bin, veröffentlicht wird. Und ja, keiner wird damit rechnen. Und falls doch, ich hoffentlich nicht. Und dann kommt mal für dieses Video online und mal sehen, wie sich dann so die Welt, das Leben verändert hat. Kein Plan, ob ich dann noch YouTube mache, kein Plan, was ich dann mache. Wir werden sehen, aber dieses Video wird online kommen. Ja, und das war es auch schon mit dem Video für diese Woche. Haut rein, Freunde, wir sehen uns und tschüssi.